Hallo euch meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Valve ist nach wie vor dran reinzubannen. Das ist ein Account, gegen den ein Mate von mir gerade vor kurzem im Wingman-Spiel musste, der wurde dann live weggehauen. Und auch in meiner CS2-Community-Historie sind immer noch diese Teile zu sehen. Es wird also nach wie vor getimeoutet und gebannt. Und da kommt natürlich die Frage auf, werden die Wolvos irgendwas zu der ganzen Geschichte sagen, die die letzten paar Tage stattgefunden hat? Oder werden sie einfach so wie immer schweigen? Tatsächlich ist Valve in der Hinsicht aktiv geworden und das schauen wir uns jetzt an. Ja, ich hab heute mal was Rotes an, das liegt daran, dass ich noch im Schlafanzug bin. Man hat hauptsächlich Infos von den Cheatern selbst bekommen, was betroffen ist, wer gebannt wurde. Vagporn wurde hochgeladen von Accounts, die halt genudelt wurden. Dann ging es um diese Server-Farmen und so weiter, mit den Bots, die Cases gefarmt haben. Aber von Valve kam gar nichts. Was in der Hinsicht, wie wir alle wissen, ich sag ständig, ich weiß, ja auch sehr gut ist. Da darf auf keinen Fall jemand gewarnt werden von Valve selbst von wegen, oh Achtung, wir werden jetzt bald anfangen zu bannen. Aber tatsächlich haben sie sich mehr oder weniger offiziell zu der ganzen Geschichte geäußert, beziehungsweise ihre Steam-Support-Page erweitert, aktualisiert und zwar an die aktuellen Gegebenheiten. Hier hast du jetzt nämlich den Punkt, Vagp hat dein Gameplay als unregulär markiert. Wenn Vagp dein Gameplay als irregulär einstuft, kriegst du mindestens einen Tag einen Competitive Cooldown. Vollkommen egal, auf welchem Cooldown-Level du aktuell bereits stehst. Das ist dann weiter unten auch noch erklärt. Und hier kommt die Sache, zu der ich sowieso noch mindestens einen Satz sagen muss, weil das viele nicht richtig verstanden haben. Vagp hat das Gameplay eines Mitglieds von deiner Party als irregulär eingestuft. Die Leute, die das betrifft, erhalten dann auch mindestens einen Tag Cooldown. So, aber was heißt das jetzt hier mit Partymember? Einige haben mir nämlich geschrieben, ja toll, wenn ich jetzt reinsuche und ich habe Cheater bei mir im Team, dann werde ich auch noch bestraft oder was? Natürlich nicht. Wenn du Solo reinsuchst, dann nicht. Wenn du aber eine Party öffnest, also mit Kumpels reinsuchst mit deiner Pre-Mate-Lobby und du holst Cheater mit ran, aus deiner Freundesliste oder auch nicht von deiner FL, aber du holst Cheater mit zu dir rein und suchst mit denen zusammen in ein Spiel, dann wirst du bestraft. Wenn du alleine ein Spiel suchst und zufällig zu Cheatern reingeworfen wirst in ihr Team, dann hat das nichts mit einer Party zu tun. Die Party wird vor der Spielsuche erstellt. Also wenn du wissentlich oder auch unwissentlich mit irgendjemandem zusammen ein Spiel suchst und auf den trifft der erste Punkt zu, dann bist du halt mit dran. Schaut darum ganz genau, mit wem ihr zusammen sucht. Das kann aber nicht aus Versehen passieren, außer du nutzt dieses Nearby oder Looking-to-Play-Feature. Da bin ich mir nicht sicher, wie das ist, wenn ich jetzt hier mit jemandem zusammen cue, der, ja, ne, der sucht. Also das könnte als Party zählen, das würde ich halt nicht machen. Ich würde auf keinen Fall hier irgendwelche Dödel aus dieser Liste nehmen. No, no, no. Entweder spielt ihr mit euren Kumpels rein oder Solo. Randoms bekommt ihr so oder so zugeteilt. Ich würde mir nicht hier noch irgendein Random aussuchen. Also, ja. Zumal du bei der Solo-Cue-Suche auch den gesamten Trust-Faktor von dir selbst nutzen kannst und der nicht runtergeschossen wird von jemandem, der in deiner Party ist und einen viel, viel schlechteren Trust-Faktor hat als du selbst. Wegen dem du dann vielleicht sogar die rote Nachricht bekommst, Achtung, das Spiel wird wahrscheinlich scheiße. Im Solo-Cue hast du das halt nicht. Da zählt nur dein Trust-Faktor. Aber das auch nur am Rande erwähnt. Wenn man so einen Cooldown hat, dann kann man nicht einfach in den anderen Spielmodus rein. Es ist alles gesperrt. Und so ein Cooldown kann auch nicht entfernt werden. Der läuft einfach von alleine ab. Dann kann man hier nochmal reinlesen, wie lange so ein Cooldown dauern kann. Auf Level 1 30 Minuten. Auf Level 2 2 Stunden. Auf Level 3 24 Stunden. Also man startet, wenn man in diesem Bereich hier geflaggt wird, wegen irregulärem Gameplay, startet man praktisch direkt auf Level 3 und hat einen 24-Stunden-Timer. Level 4 wäre dann eine Woche und mit Torwahrscheinlichkeit gibt es halt auch noch mehr oder noch längere Cooldowns. Weitere Punkte sind hier noch aufgeführt, da könnt ihr euch gerne selbst einlesen. Das ist die aktuelle Reaktion von Valve auf diese ganze Cheater-Bands-Bots-Cooldown-Orwatch-Sache. Das steht jetzt offiziell in dieser FAQ-Geschichte drin. Für mich hat das auf jeden Fall diesen Test-Flair immer noch an sich. Also wir wurschteln rum, wir probieren, wir gucken, False-Bands müssen vermieden werden, wir tweaken und bauen auf und machen halt im Hintergrund. So, dann wird ein Testlauf gefahren, so wie der jetzt vor kurzem, man schaut genau, wer ist alles geflogen, wie viele Cheater, wie viele Bots und so weiter und so fort. Wie viele Leute, die auch wieder zurück, also die entbannt werden müssen, weil es halt einfach False-Positives waren. Und scheinbar ist dieser Test für Valve relativ positiv abgelaufen und jetzt haben sie ja ganz offen die FAQ erweitert mit diesen neuen Dingen, die natürlich auch in Zukunft dann auf uns zukommen werden. Ich frage hier mal direkt in die Runde, hat von euch jemand bereits einen Cooldown erhalten, weil er mit einem Cheater zusammen gespielt hat? Bis jetzt habe ich da noch von keinem mitbekommen, natürlich ist es auch so ein bisschen ein Outing, von wegen, ja, ich spiele manchmal mit Cheatern, das ist halt auch ein bisschen lost. Aber ja, man kann natürlich unwissend mit Cheatern spielen, also das ist auf jeden Fall möglich, auch in einer eigenen Cue. Ein Kumpel bringt einen Kumpel mit ran und hat den selbst vielleicht online erst kennengelernt vor ein paar Tagen und der hat halt an und du kriegst nicht mit, zack, bumm, und schon passt dir der Salat. Also haut ruhig in die Kommentare, falls ihr euch traut. Okay, da ist die Facecam abgeschmiert, naja, ich mache jetzt das Ende einfach so. Also, dieser offizielle Eintrag in diese Bann-FAQ ist die erste Sache hinsichtlich dieser ganz neuen Maßnahmen gegen Cheater und so weiter und so fort. Es ist nach wie vor sehr angenehm, dass Valve uns zeigt, dass sie dran sind und die ganze Sache auch ernst nehmen. Die letzten paar Monate waren nicht einfach und viele haben sich nicht ernst genommen gefühlt von Valve und vor allem halt auch nicht gehört gefühlt. Es schien so, als würde man auf einsamen Posten vor sich hin kämpfen und niemand würde einem helfen, was die Cheater-Problematik zum Beispiel angeht. Aber natürlich auch alles andere wie Fehler im Spiel, generell, dass halt keine Updates kommen und so weiter und so fort. Es ist sehr, sehr nice, dass ich da endlich jetzt wieder was mache, dass sich was tut. Ich bin natürlich auch weiterhin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Maßnahmen war, die sie gegen Cheater vorhaben jetzt und die nächste Zeit. Das waren jetzt einige Module, die sich praktisch angeschaltet und gefahren haben, um zu gucken, wie es eben so läuft. Und ich denke, dass wir in einem Viertel bis Halbenjahr, vielleicht noch Dreivierteljahr, mit deutlich mehr noch rechnen können, was Anti-Cheat-Maßnahmen angeht. Bis dahin halten wir natürlich alle die Ohren steif, ballern schön rein und machen noch ein Giveaway. Heute gibt es für euch einen ganz, ganz alten Skin aus der Bang Collection und zwar eine AK-47 Emerald Pinstripe. Dieser Skin ist von 2014, also in CS-Maßstäben, absoluter Rentner und kann jetzt hier gewonnen werden. Man nimmt hier am Giveaway ganz einfach teil, indem man die Frage beantwortet, die ich gerade vor ein paar Minuten gestellt habe. Und zwar hat einer von euch bereits einen Bann erhalten, weil er mit einem Cheater gespielt hat. Ihr müsst euch da nicht großartig erklären, ob das jetzt unfreiwillig war oder freiwillig, sondern einfach nur ja, ich wurde schon mal erwischt oder nein. Und wir gehen einfach bei allen, die ja sagen, davon aus, dass sie mit einem Kollegen gespielt haben, der wiederum einen Fremden mitgebracht hat und der hat halt dann angehabt. Fertig. Ja, haut es in die Kommentare, ob ja oder nein. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream am Dienstag wieder, ab 18 Uhr. Ich streame übrigens dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Denkt an das Knife-Giveaway. Es gibt für euch ein Hans-Man-Knife, Blue Steel zu gewinnen. Also rumkommen. Ja, entweder sehen wir uns da im Stream oder eben im nächsten Video am Dienstag, denke ich. Ja, ich gucke im Moment, dass ich jeden zweiten Tag eins hochlade, wobei ich eigentlich am liebsten Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag hätte, aber dann ist halt nach Sonntag direkt wieder Montag, ne? Hm, muss ich mal gucken. Aber spätestens am Dienstag kommt das Nächste. Vielen lieben Dank für eure Kommentare, für die Likes und fürs Reinschauen natürlich. Haut da rein und bis dann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.